Weiter geht's. Ich habe ihn gehört. Bewegung! Jetzt kommt wirklich die letzte Mission. Knöchel entspannen. Wir werden sowieso zuerst den Landenhalt machen. Ich zahle. Na schön. Wenigstens steht die Welt noch. Seitlicher Truck auf 6 Uhr. Baseball, Bravo 6 hier. Wie ist der Status des Helikopters? Bravo 6, der Trucker versteht und geschäftsankunftszeit von 10 Minuten. Das reicht nicht, Baseball. In 10 Minuten sind alle tot. Ich werde jetzt nicht von links. Sichert unsere drücken. Wir werden eingekesselt. Weinen mit Raketenwerfer. Ausschalten. Vortreffer. Auf den Truck schießen. Wir haben die Gesellschaft getroffen. Auf den Trucker kommen. Auf den Trucker kommen. Auf den Trucker kommen. Auf den Trucker kommen. Schaltet den Truck aus. Auf den Laster schießen. Vortreffer. Ich bin der Trucker. Helikopters. Helikopters. 6 Uhr hoch. Sch Awards. Vortreffer. Heli, auf 9 Uhr! Versteilte! Vergebt Werfer neben und auf den Heli da feuern! Ich würde mir nicht so bedachtens reinkommen. Heli, auf 10 Uhr! Die Helis haben sich verdrückt! Er hat keine Munition mehr! Gefreit sich für mich! Ja, wirklich! Oh, verdammt! Er will die Brücke hochjagen! Den verdammten Truck aufhalten! Oh, Mann! Die Brücke wird nicht halten! Los, los, los! Sie stürzt ein! Alle unter das Wetter! Was? 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 Oh Mann! Das war für Fabriks. Oh, das ist tatsächlich. Oh, das hat er gedummt. Oh, geschafft. Oh mein Gott. Oh, das ist tatsächlich. 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 Die Suche nach einem Schiff in der Beringstraße wurde wegen heftiger Winde abgebrochen. Das war's mit Modern Warfare. Teil 1. Ich war überlegen, ob ich das jetzt euch überlassen soll, ob ich den zweiten Teil erst mal spielen soll oder messen soll. Das riecht dran, ich werde bis Samstag dieses Video mal abwarten und gucken, ob irgendjemand in den Kommentaren schreibt. Wenn keiner überschreitend spielt. Ich wollte aber Verzweißen und dann Messerweg. Aber wir sehen aber alle die, die ich bisher drin habe. Wenn ich dann vor Long Vegas abführe. Das habe ich auch schon das Spiel. Ich habe es schon mal länger als Meister in der 1.2. Ich verstehe nicht. Ich kann es euch neutralisieren. Ich habe es schon mal gespielt. Ich kann es euch neutralisieren. Ich habe es schon mal gespielt. Ich werde mal lachen. Du weißt du, dass es jetzt braucht. Reitend machen wir uns. Die Nutzung ist auf dem Ort. Oder etwas. Tschüss auf dem Ort. Tschüss auf dem Ort. Tschüss. Noch mehr Zeit verwendet.